ja hallo leute herzlich willkommen hier im eispark in ganzer land heute nur ein ganz kurzes video wir sind am schlittschuh laufen und wünschen euch allen zusammen einen guten rutsch ins neue jahr bis dahin viel spaß beim zuschauen bis demnächst ja hallo leute herzlich willkommen hier aus dem eispark in eispark in saganzer land in saganz heute ein kleiner familienausflug schlittschuh laufen hier im eispark an der stelle möchten wir euch allen einen guten rutsch ins neue jahr 2020 wünschen in dem sinne viel spaß beim zuschauen bis ins nächste jahr bis dann tschüss so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.